Ein typischer Fehler, der sehr häufig im Zusammenhang mit dem Konjunktiv 1 gemacht wird, ist folgendes. Und zwar eine Formulierung, wie Sie sie hier sehen. Ansonsten sei die vegetative Anamnese unauffällig. Jetzt werden Sie fragen, na was ist denn da das Problem? Konjunktiv 1, indirekte Rede, es sieht doch super aus, die vegetative Anamnese sei unauffällig. Ist doch eigentlich ganz simpel und einfach und klar. Warum ist das denn jetzt nun falsch? Naja, der Patient hat ja nicht zu Ihnen gesagt, meine vegetative Anamnese ist unauffällig. Sondern der Patient hat ja auf Ihre Fragen geantwortet zu den entsprechenden vegetativen Symptomen. Stuhlgang, Miktion, Temperatur und so weiter und so weiter, Appetit. Also all diese Dinge. Das heißt, er hat all diese Fragen beantwortet und dann haben Sie aus ärztlicher Sicht diese Informationen zusammengefasst in einen neuen Begriff. Nämlich in den Begriff der vegetativen Anamnese. Und das ist ja eine ärztliche Handlung, die Sie da vorgenommen haben. Sie haben diese Informationen zusammengefasst und machen daraus die vegetative Anamnese. Das ist, man könnte so sagen, schon etwas, was Sie als Ärzte machen. Der Begriff ist fachsprachlich vegetative Anamnese. Aber Sie haben Informationen gebündelt. Und deshalb ist das keine indirekte Rede mehr. Es ist nicht mehr die Wiedergabe dessen, was der Patient gesagt hat. Sondern es ist, man könnte schon sagen, eine Art Befund aus der Anamnese. Deshalb wäre es richtig zu sagen, ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig. Oder einfach nur die vegetative Anamnese ist unauffällig. Können Sie natürlich auch machen. Also wir können das einfach hier machen. Die vegetative Anamnese. Und übrigens, das wird auch sehr, sehr gerne falsch gemacht. Vegetativ ist klein, Anamnese ist groß. Ist unauffällig. Da ist kein Sein drin. Das ist indikativ. Ganz einfach. Nun, das gilt natürlich auch für alle anderen Anamnesen. Nicht nur für die vegetative. Auch wenn Sie sagen wollen, die Familienanamnese ist unauffällig. Auch keine indirekte Rede. Auffällig, unauffällig und so weiter sind quasi Befunde. Also Befunde sind ja eigentlich Ergebnisse von Untersuchung und Diagnostik. Aber ich verwende diesen Begriff Befunde hier mal, damit Sie verstehen, was ich meine. Beziehungsweise ärztliche Interpretationen der anamnestischen Informationen. Und jetzt können Sie theoretisch, natürlich, wenn Sie indirekte Rede unbedingt verwenden wollen, können Sie das machen. Aber dann müssen Sie das so tun. Ja, dann müssen Sie das über entweder habe keine weiteren vegetativen Symptome. Das wäre grenzwertig. Oder Sie sagen eben Patient verneint. Dann brauchen Sie aber auch keinen. Und dann bringen Sie hier die Symptome rein. Das ist allerdings auch ein anderes Beispiel. Ja, weil hier haben Sie keine indirekte Rede. Der Patient verneint. Nicht verneine. Verneine wäre indirekte Rede. Und die verwendet man ja nur, wenn es Ihnen jemand anders erzählt, was Ihnen der Patient hier sagt. Also Patient verneint. Aber was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, wäre die Formulierung, dass Sie sagen, Patient habe kein Fieber, keine Inappetenz, keine Veränderungen beim Stuhlgang und keine Beschwerden bei der Miktion. Naja gut, jetzt haben Sie halt das alles aufgezählt. Das wäre eigentlich hier mein Favorit. Jetzt haben Sie das alles aufgezählt. Habe ganz eindeutig, ganz einfache, indirekte Rede. Kein Fieber. Hier kommt die ganze Liste von den Dingen, die Sie gefragt haben. Das kann man so machen. Das ist auch so gut. Das dürfen Sie so tun. Aber wenn Sie eben dieses vegetative Anamnese ist unauffällig sagen wollen, dann ist das bitte nicht in der indirekten Rede zu formulieren. Viele weitere wichtige Tipps und natürlich auch Erklärungen, dass Sie verstehen, wie die indirekte Rede funktioniert, wie man die Dinge formuliert, finden Sie hier in dieser Mindmap im FSP-Komplettkurs natürlich. Und da finden Sie auch alle anderen wichtigen Empfehlungen noch, die es hier gibt. Funde, falsche Konjunktiv-1-Situationen und so weiter und so weiter. Da finden Sie also die vollständige Übersicht über alles, was mit indirekter und direkter Rede zu tun hat.